Hallo und herzlich willkommen zum Weihnachtsspecialer hier auf diesem Kanal Silomod. Ja, ich nehme mal das dämliche Ding ab. Ähm, nämlich werden wir heute das Weihnachtsspecial machen. Ähm, und zwar werde ich euch heute beweisen, wie schlecht, wie abgrundtief schlecht ich in dem Videospiel Fortnite bin. Ja, ähm, Weihnachtsspecial, ich werde also heute Fortnite spielen. Ich bin überhaupt nicht Fortnite-Fan, aber ja, gut, ähm, schauen wir mal, wie es wird. So, schon sind wir in der Lobby. Ähm, wir sind natürlich ein No-Skin, ist ja klar. Ja, und, äh, ja, wir starten mal eine Solo-Runde. Ich habe auch vorhin schon, ähm, eine Einspiel-Runde gemacht. Und, äh, ja, da wurde ich dann direkt von so einem komischen Typ mit einem Laserschwert getötet. Seit wann gibt es bitte schon Laserschwerte? Also, das war voll komisch vor allem. Der hat alle meine, also, ist halt ein Laserschwert, ne, der kann Schüsse blocken. Ähm, aber ist ja eigentlich voll unfair. Ja, weil der hat dann die ganze Zeit geblockt und ich habe auf ihn geschossen wie ein Wilder. Und dann, als er nah genug an mir ran war, dann hat er mich einfach, äh, angegriffen und währenddessen weitergeblockt. Also, äh, ich weiß jetzt nicht, wie man gegen so welche Gegner vorgehen soll. Soll man da eine Granate schmeißen oder sowas? Aber ich hatte halt in dem Moment keine Granate oder Sonstiges. Naja. Okay. Na? Ladebildschirm ist aber auch ganz schön lange vorhanden. Äh, 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 auch ein Grund, warum ich, äh, 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 Fortnite nicht mag. Oh, es gab anscheinend auch ein Weihnachts-Update. Oh nein, was habe ich getan? Ich wollte da gar nicht landen. Ich habe, oh, ich habe Ausfrahreflex, habe ich B gedrückt. Übrigens, wir spielen auf der Nintendo Switch. Okay. Scheiße. Aber zum Glück ist hier niemand anders. Zum Glück. Denke ich zumindest. Also ich habe niemand anderen gesehen, beim Anflug. Und, äh, ja. Oh, da ist eine grüne. Perfekt. Mehr brauche ich auch nicht. Da schießt jemand. Irgendwo schießt jemand. Mein Aim ist auch echt zum Kotzen, ey. Ich fasse es nicht. Ja, baue du. Jetzt gibt's doch echt nicht. Ich glaube, er ist aber auch ein Noob. Ja, wir haben einen Kill. Das ist mein Ziel gewesen. Für heute. Oh mein Gott. Was ist das für ein kranker Kerl? Ey, ich muss... Ich habe nicht mehr viel Muni, ne? Ach du Scheiße. Hat er das bemerkt, dass ich außen rumgegangen bin? Hoffentlich nicht. Oh, da ist ein großer Schlügel. Komm zu Papa. Er hat mich gesehen. Scheiße, ich habe keine Muni mehr. Pump Gun. Die könnte meine Rettung sein. Meine scheiß Rettung. Ja. Ey, zweiter Kill. Alter, was ist denn heute mit mir los? Ich bin eine Maschine. Oh Mann. Äh, ich schmeiß die Pump Gun mal weg und dafür habe ich keine Muni mehr. Gib mir das Medikits. So. Okay. Jetzt nicht so, als ob ich nie zwei Killzettel, aber es ist halt immer der Vorführeffekt, weil ich habe jetzt schon ein paar Aufnahmen gehabt vor der hier. Und es war halt immer der Vorführeffekt, der mich sehr schlecht darstellen hat lassen. Wobei, die erste Runde war ganz gut. Ähm, ich hatte einen Kill. Ich war 13. am Ende. Es war auch in einer guten Länge. Aber ähm, es war danach war irgendwie der Sound verzerrt vom Spiel. Ich weiß nicht warum. So, bleiben wir mal hier im Auge des Sturms. Oh. Ich sehe gerade. Wir haben jetzt zwar 50 Schild, aber wir haben auch nur die Hälfte unserer Leben. Hm. Gehen wir mal da zur Hütte, wenn die nicht schon gelootet wurde. Oh, da liegt noch irgendwas. ist aber nur eine grüne. Aber mit einer Pumpgun komme ich echt scheiße um. Äh, da bin ich schon deutlich besser mit so einem Maschinengewehr Dingsda Bums. Ach, ich liebe das Schwimmen. Es fühlt sich so gut an. Äh, übrigens, ich habe Fortnite nur ähm, Ende Season 4 und äh, Anfang äh, Chapter 2 Season 1 gespielt. Also, erwartet nicht zu viel. Ich habe gerade hier irgendwo Schritte gehört oder bin ich paranoid? Huch, mein Controller ist gerade angedotzt. An den Tisch. Es könnte halt, äh, also das finde ich schon ein bisschen unfair, es könnte halt überall in diesen Heubballen, egal wo, es könnte überall ein Gegner drin sein. Hier nicht. Obwohl, in diesen großen Ballen können überhaupt, nee, in den großen kann man sich nicht verstecken, okay. Puh, oh, was ist das? Was ist das denn? Hä? Eine EP-Münze? WTF? Was zur Hölle ist eine EP-Münze? Ihr seht, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber was, was ist das? Seit wann gibt es das? Oh, eine Truhe? Geil, ein Schildi? Ei, 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 oh, so, nee, die brauche ich jetzt nicht, also wirklich nicht. Aber wieso ist es ja auch so scheiß, gut, ernsthaft? So, hä? Ach, das ist das Tor, okay. so. Na? Wo sind wir denn hier? Oh, ich muss andersrum. Äh, ich markiere mir das mal am besten, ich muss hier so in die Richtung. Okay. Wir überleben recht lange. Na gut. So. Ich hab die Markierung aufgehoben. Ah, die Sonne im Spiel blendet mich grad übelst. Also mich hier jetzt vorm Bildschirm. Okay. Äh, was? Also. Eine Munitionskiste, noch ein Medikit. Oh, wer? Achso, ich bin ja dumm, wir haben ja ein Medikit, wieso heile ich mich eigentlich nicht? Zack. Dafür sind sie doch da. Und ich höre überall Schüsse. Ich hab schon ne Pumpgun und ich höre ne Truhe irgendwo. Naja. Ach du, äh, ja. Das war natürlich geplant. Oh. Scheiße. Oh, und hier ist ein Weihnachtsbaum. Ja, das passt ja gut zum Weihnachts Special. Na gut, aber kann man nichts mitmachen. Irgendwie den Traktor fahren. Hier ist ne Kiste. Ach, du geile. Ja, weg damit. Oh, falsche Knopf. Äh. Okay. Eine blaue. Was ist das für ein seltener Gegenstand? Geschenke? Was? Was? Was zur Hölle? Lol! Taktisches Sturmgewehr? BTF? Ich muss ja jetzt hier, ich muss ja jetzt hier extrem viel Glück haben. Geil, ich bekomme irgendeinen Scheiß. so. Ah, in diesem Heuklumpen kann man sich verstecken. Okay, ich verstehe. Ah, okay, aber das ist auch ein kleiner Nachteil, wenn man da rausspringt. Also erstens, es macht viel Lärm, wenn man da rausspringt und man kann kurzzeitig nicht schießen. so. Hier liegen ja überall Christbäume. Sagt man das überhaupt so? Oder sagt man da dann Weihnachtsbäume? Im Plural. Ich weiß nicht. Oder ist es wurscht? Was ist da vorne? gibt es überhaupt noch ähm manche werden sich bestimmt jetzt irgendwie an die Stirn fassen, wenn ich das jetzt frage, aber ähm gibt es eigentlich noch äh die Rifts irgendwo verteilt oder gibt es nur noch das Item? Oh, da kommt ein Loot Drop, oder? Ja, da kommt ein Loot Drop. äh wie viele Spieler gibt es noch? Ach 16. weil die Border ist schon ziemlich weit. Och, der ist erst, och, der ist erst da, ganz oben. ach, der ist die Laute. So. immer her damit kein episches Salven Salvethe des Kipoli in der Pflicht des Kipoli ja genau genauso heißt es also jetzt wo ich so drüber nachdenke läuft es eigentlich echt schon ziemlich gut ich überlege mal mehr Fortnite zu spielen dieses Spiel werde ich immer hassen aber man macht das Beste draus ihr müsst halt auch unterhalten werden bei so einem Weihnachts-Special hä? ah Schuss Schuss, Schuss, Schuss wo? wo? Schuss, wo? oh nein das macht nur oh nein ich muss mich jetzt entscheiden ich nehme das hier das darf ich doch nicht so offen rumliegen lassen na gut ich nehme mal das Salven Sturmgewehr ja, hallo was bist denn du? etwa ein saftiges Gno-Occord nein wie so, wie so, dass ich eigentlich ein Haufen YouTuber ok letztens auf Silofakt ich weiß, gibt's den Kanal eigentlich noch? schreibt's mir mal in die Kommentare äh, auf Silofakt hab ich gesagt, ja von wegen dieses Video ist besser als jedes Märchen in asozial hab ich schon mal einen ganz bestimmten YouTuber mitgedisst jetzt jetzt sag ich jetzt reime ich irgendwas was auf Saftiges genug also hier sollen noch fünf Spieler sein oder nämlich verarschen ich hätte hier doch schon längst Schüsse gehört aha wenn man vom Teufel spricht oh da hat irgendjemand gebaut aber ist er da noch? nee da ist niemand mehr oh das ist frisch gebaut ich will ihn überraschen Alter ich hasse Leute die so gut bauen können dass man sie überhaupt nicht mehr äh ernsthaft ich hab mich eingebaut ja komm runter da ich hasse diese Leute lol was zur Hölle geil ne geil ne ich hasse dieses Spiel tschüss